was war das hallo und jetzt willkommen zu einem neuen video richtig cold war hier auf meinem kanal op glück oder können heute ist doch noch nicht dienstag nein heute ist montag ich habe einfach bock als bonus video nochmal mit dieser pistol nur kills zu machen nur mit der pistol geht es sind gerade bei zur herrschaft danke der mutter habe ich ja das war meine semtext da ja das ist ja auch eigentlich nur pistol auch ins nur automatik flistel ist und ist richtig gut ich habe schon ein bisschen gefühlt seit dem letzten video und sie ist auch sehr ja ich hab's gehört ich hab's gehört ich war zu langsam ist auch sehr tödlich also pistolenkits sind geil kein revolver ok na ist ja meiner schneller aber ist auch okay kann man auch mal unsere leute sind hier oben wo lauf ich jetzt hin ich weiß es nicht alter no 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 wir hatten die gleiche idee außen rum zu laufen ach komm schon du hast dich getroffen ich habe auch nicht getroffen ja du schon wieder er hat eine teure pistole gekauft deswegen ist er überlegen so geht das war ein waffen skin ja gegners wo seid ihr so wir haben mehrere punkte zu verteidigen ja herrschaft ich weiß ich bin blöd ja ich habe vergessen was mir herrschaft ist ja ich bin schon dabei aber ich sterbe glaube ich vorher ich bin alleine ich sag doch ich sterbe vorher warum lässt ihr mich allein mein teammate hätte mir zur rückendeckung geben sollen egal charlie hole ich mir was wenn ich jetzt nicht wüsste dass ich ein cd kann würde ich sagen das war cheating aber es war nur pro gamer irgendwas getroffen warum für was krieg ich das verwirrt mich ich habe glaube ich gerade für irgendwas punkte bekommen wo ich nicht weiß wofür ach willst du dich haben von bravo ah scheiße oh nein nein waffen kitz nach kitz nur pistolen kitz what naja 10 zu 8 mir geht es ja nur um die reinen kills ne das herrschaft jetzt ist mir eigentlich egal mann ich wollte den da unten haben und nicht den da oben warum man decken die leute genauso wie ich und sichern die scheiße problem ist ich höre überall ein ich habe überall gerade schritte gehört über mir unter mir und ich sehe keinen aus meinem team der auch da ist wo kam die schüsse her was der hat auch wenn der nakimbo hat hat er zwei revolver ich habe hier eine schnell feuerpistole mit 25 schuss kein problem pro gamer ah man ich lade doch gar nach ich sage immer noch dass es leute gibt die eine app auf dem handy haben und dann jetzt lädt der gegner nach position xy weil das ist zu gut für normale menschen hallo wieso halbzeit ich bin ich bin ich hab da gerade erst noch mal 13 12 egal ich habe es trotzdem eine gute idee gehalten ist holen aber auf herrschaft oh jesus guck was ist denn das denn ey ah der hat die auf akimbo warum lag das bei dem es ist eigentlich ein zeichen dass jemand irgendeine art und weise cheatet aber ist ok und cheaten ist auch wenn ich eine andere internetverbindung habe als der gegner und dadurch einen taktischen vorteil das ist auch scheaten ja scheaten bedeutet glaube ich eher cheat codes aber schummeln ist schummeln schießt doch gleich einer von uns ey ich kriege einen vorteil ich bin ja auch kein herrscher am spieler nur team der zettel man kann da nicht durchschießen was mache ich da ach so von da kann keiner kommen mann mache ich wer zur hölle schießt auf mich ich treffe auch nicht was man das war tödlich für den gegner ehrlich jo wo bewegt er sich so Cheaten und Schummeln ist beides nicht gut. Mogeln macht man nicht. Ich sag's euch, ich kann damit umgehen. Meine Güte. Wir verlieren Alpha. Nein, du mir nicht. Der ist erledigt. Wenn ich sage, ich kann damit schießen, dann kann ich damit auch schießen. Weiß du. Mist. Sagt aber mir jemand was. Nein, falsche Waffe, da kann ich nichts für. Darf ich die andere Waffe in der Hand? Okay, das zählt nicht, das zählt nicht. Ich hab auf jeden Fall die falsche Waffe gezogen. Meine Güte. Nein. Was hat der denn als Akimbo? Nein, ja. Yes. Wer für Semtex? Semtex raus. Wer für feindliche Spionage-Fugzeuge entdeckt? Stand der jetzt nicht links auf der Karte? Hä? Ich kann jetzt nicht mal mehr eine Karte lesen. Ich würde so gerne den Todbringer einsetzen. Mann, da waren es zwei. Oh Mann. Ja gut, reine Pistolen-Kids mache ich nicht. Ich setze ja auch Granate und so ein. Aber es ist ja nicht so, dass ich das nicht kann. Yo. Klar, weißt du. Ja, der hat. Ja, mein Gott. Nee, glaub ich nicht. Ey, haben wir doch noch. Wer für Semtex? Wir verlieren B. Nein. Mann, warum kommt da gerade einer? Warum? Ja, der geht auch den Weg. Natürlich. Wir haben alle nur einen Weg hierher. Ja, okay. Vollkampfbereit. Okay. Mist. Ey, der wusste genau nicht, wenn man die Explosion gesehen hat, oder? Ach, komm schon. Naja, wir haben zwei Punkte, also gar nicht mal so schlecht. Yo, was ist das denn? Der hat jetzt nicht aufgepasst, war AFK. Okay, war das jetzt meiner? Er dachte, wo wir mit dem C. Ja, aber da fahren wir mit C. Wir haben gewonnen. Er ist sehr schön. Oh mein Gott, ey. War das jetzt 13 Minuten? Ich habe leider keine Zeit geschloppt. Ich würde sagen, wir machen eine knackige kurze Runde. Ich habe keine Ahnung, wie es zugegen. Danke fürs Zusehen. Einen schönen Tag. Einen guten Morgen. Und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020